Hallo mein Crazy Dude, wir spielen heute das Spiel Escape Fast, wo es, wie der Name schon sagt, darum geht schnell zu entkommen. Ich drücke einfach mal auf Play und auf den ersten Level. Also, wir beginnen jetzt hier, ja, ja, bla, bla, diesen Level. Wir haben hier die Wahl zwischen entweder mit den Pfeiltassen zu arbeiten oder mit einem virtuellen Stick. Diesen Sachen müssen wir ausweichen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal für diesen virtuellen Stick entschieden und ich würde sagen, auf, los geht's los. Go. Und hier das erste, oh Gott, oh Gott, oh, das habe aber kranios gemacht hier, kranios ausgewichen und, ja, wer sagt es denn? Der erste Diamant oder was auch immer das sein soll. Score ist 104 von 104. Genial, und spielen wir gleich Level 2 weiter. Next, ja, mhm, always try to pick up Öl. Also, probieren wir jetzt noch das Öl auf, so, ach so, das Öl, ja, ist einfach kein Öl, sondern Sprit in diesem Fall, weil wir jetzt eine Tankanzeige haben. Uuuuuh. Ach du heilige Kacke. Ja, das ist ja, das ist ja, oh Gott. Oh, da sind wir tot. Das ist ja schade. Restart. Gehen wir noch den Wirt drin. Gießt der Gas hat sich doch ganz gut für Wert. Zumindest im ersten Level. Und los geht das hier. Go. Ja, 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 ja. Und zieh durch. Zieh durch, Bruder. Ja, hallihallo. Ja. Hm, habe ich das Benzinsperret eingesammelt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Unüberleg. Restart. Ganz. Eine neue Runde. Witter. Ready. Ja. Das haben wir jetzt schon so gesehen. Ready. Steady. Go. Go. Und los geht das. Auf in eine neue Runde. Ja. Bitte. Oh Gott, oh Gott. Immer dieses lange nachmachen. So, und jetzt geht es los. Und wir fahren eins. So, drei, vier. Ah Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh. Oh Gott. Ja, noch haben wir. Oh Gott. Hä? Ist das ein Fehler in der Matrix hier? Was ist da los? Da. Eigentlich wollte ich nach unten machen. Na, ich probiere jetzt mal mit den Pfeiltassen das zu machen. Also. Ready. Jawohl. Go. Jo. Und los geht das. Auf. Los geht's los, liebe Freunde. Hä? Der war ja noch wohl drauf, liebe Freunde. Was ist da los? Alle crazy dudes. Und wir testen das jetzt nochmal hier. Ja. Keyboard. Meine Güte. Immer das gleiche hier. Ja. Ready. Steady. Go. Ich packe euch den Link natürlich selbstverständlich in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das auch spielen. Und mir mal euren Highscore verragen vielleicht. So, also. Kann ich auch rückwärts fahren? Ja, das geht auch. Also ich fahre jetzt mal hier ein bisschen passiver, ein bisschen langsamer. In der Hoffnung, dass mir der Sprit nicht ausgeht. Und dass eine Möglichkeit ist, hier voranzukommen. Und das klappt auch schon ganz gut. Ja. Oh Gott. Ja, ich wollte eigentlich den nicht ausweichen, aber kann ich den mitnehmen. Ach du heiliges Kanon. Und da sind wir im Ziel. Da ist das Ding. Das geht doch. Ja. Von 117 haben wir 117 erreicht. 100%. Alle crazy dudes. Das ist doch was. Hm. Next. Müssen wir den jetzt catchen oder was? Better pick up money. Okay. Pick up coins to earn coins. Jo. Machen wir. Ready. Ja. Das geht auch nicht schneller. Ja. Go. Ja. Ich go doch. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Willst du wieder stundenlang warten hier? Ja. 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 Nimm mal den virtuellen Brostick mal wieder hier. Und los. Auf die Beste. fertig. So. Oh. Ach du meine Güte. So. Den, den, das Level schaffe ich jetzt aber noch. Okay. Den Level, das Level. Wie ist das eigentlich? Den Level, das Level, der Level, das Level, die Level, du Level. Ich weiß es nicht. Go. Ja. Schneller, 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 schneller. Oh. Mano. 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 Man. Restart. Auf ein neues jetzt. So. Bitte schön. Gut. So. Bitte schön. Ja, wer sagt es denn, da haben wir es doch geschafft. Und ich würde sagen, machen wir einfach noch eine Runde. Also, 78 von 130 ist okay. Nicht überragend, aber es ist okay. Und weiter geht es jetzt in die andere Richtung. Ja, das skippen wir einfach. Boost mit Turbo Rams. Das ist jetzt das neue. Rambo Dambo Ding Ding Dong. Los geht das. Ach du Scheiße. Ah Gott, jetzt verfolgen die mich auch noch. Das heißt, mit dem langsamen Fahren hat sich das jetzt auch erledigt. Oh nein. Oh nein. Was ist da nur los? Oh Schreck, oh Kraus, ich will da raus. Ja. Wählen wir mal den Virtual Stick hier. Vielleicht klappt es damit. Ja, besser. Und los geht das, liebe Freunde. Ich halte mich mal in der Mitte hier. Genau, bei dieser Spurenverengung. In der Mitte. Und da haben wir das Superspeed. Oh Gott. Oh nein. Nicht da runter. Ich wollte eigentlich. Jury starten wir nochmal das Ganze. Mit dem Word. Irgendwie gefällt mir der Stick doch besser. Spieße ich mal vielleicht das mit der Maus. Und ich bin beim Trackpad hier. Mal gucken, ob das geht. Ja, jetzt kommt die Verengung. Da sagt er mir nochmal Bescheid. Und jetzt fahren wir da ganz schnell. Wunderbar. Und jetzt... Auch das haben wir genial mitgenommen hier. Ach nein. Oh Gott. Da dachte ich, wo geht's da jetzt lang? Habt das nicht gesehen, dass es ja da lang geht. Restart. Aber jetzt kennen wir ja die Strecke. Jetzt werden wir das ja im nächsten... Im nächsten Versuch wohl besser lösen können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Geht das jetzt hier besser? Oh. Äh, nee. Das möchte ich aber nicht. Restarten wir das Ganze. Virtuell Stick hier. Und los geht das. Eine Autofahrt ist lustig. Eine Autofahrt ist schön. Lalalala. 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 Ja. Und jetzt kommt die grüne Rampe hier. Genau. Und dann halten wir uns nochmal da ein bisschen. Jetzt geht's ja auch hier lang. Genau. Wo geht's hier lang? Oh Gott. Da haben wir das ja geahnt hier. Im Ernst. Im Ernst. Ja, liebe Freunde. Ich sage jetzt mal. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Einen Kommentar. Ein Abo. Ein Favorit. Favorisiert dieses Video. Ich freue mich über alles. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Hau rein. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.